Ah, welches Geschmack? Ich weiß. Hey Sonnenschein, wo bleibst du? Schon mal auf die Uhr geguckt? Ich muss noch nicht sofort in die Schule, daher. Du siehst sportlich aus. Ja, da war ja auch was. Unser Laufdate. Hallo, Motivation und so. Laufkumpel. Wir haben doch geredet am Freitag. Ja, ich weiß. Genau. Das schließt das eine doch nicht aus, also das eine, das andere. Du weißt, was ich meine. Ey komm, da können wir doch drüber stehen. Also, nee, das macht doch nichts. Also, mir macht das wirklich nichts aus, als Mitbewohner, Kumpel und Motivations- Coach. Dich nur so zu sehen, das macht gar nichts. Okay, und das war nicht einfach nur so geredet? Kam das so rüber? Um Gottes Willen, nein. Das war nicht einfach nur so gesagt. Auf gar keinen Fall. Also, ich habe wirklich kein Problem damit. Einmal Sex gehabt, Schwamm drüber. Ich finde es super, dass du so ehrlich und offen warst, weißt du. Und deswegen dachte ich, geht's jetzt weiter. Okay, du machst dir keine Hoffnung. Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Kommt du mit, oder? Ich habe hier noch Zeit. Ich habe hier noch zwei Stunden. Ich muss mich nur umziehen. Sehr gut. Schnell, eil dich. Yes, Coach. Ich dachte echt, Leni ist angefressen. Ich dachte, die geht mir das ganze Wochenende aus dem Weg. Aber ich habe es mir wahrscheinlich nur eingebildet. Die ist cooler, als ich dachte. Ganz wichtig ist, dass du nicht vergessen darfst. Warum halten wir an? Wir gehen die Richtung. Wir laufen diese Richtung. Warum? Tom? Weil. Fuck. Hey, hi. Hi. Na? Was für ein Zufall. Hi. Hallo. Hi. 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 Leni ist meine neue Mitbewohnerin. Mitbewohnerin? Ja, Mitbewohnerin. Cool. Schnarcht er noch? Gut, die übereinander schlafen. Übrigens, alte Mitbewohnerin. Das solltest du lieber fragen, ob ich schnarche. Und schnarcht er? Also, wir haben auch mal mit ihm gewohnt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Cool. Interessant, ja. Und ihr? Wir trainieren für den Marathon. Ah, okay. Halb Marathon. Ja, Marathon ist Marathon. Krass, okay. Du, übrigens, Melanie ist meine Chefin. Also im Matrix. Ja. Wir, uns gehört das Matrix. Euch gehört doch geile Schuppen. Genau. Geiler Schuppen? Mega geiler Schuppen. War schon da? Ja. Cool. Mega. Cool. Cool. Na dann. Apropos, wegen dem Matrix gehe ich jetzt auf Steuer- und Buchhaltungsfeminale. Ich auch. Für zwei Wochen. Zwei Wochen. So viele Zahlen sind da drin, oder wie? Ja, ja, ja. Ich benutze mal Rechenschieber. Also diese neue Technik ist noch nichts für mich, weißt du? Ah, okay. Alles klar. Viel Spaß. Wir sollten dann auch mal weiter. Ja, wir sehen uns nachher bei der... Ja, bei der Besprechung. Okay. War schön, euch kennengelernt zu haben. Ja. Geben wir auf. Geben wir auf? Geben wir auf? Hi, was ist los? Was? Was soll das denn? Alles gut? Du wirkst bisschen grumpy. Bin ich grumpy, ich bin einfach nur... Ja, diese Falte in deinem Gesicht sagt was anderes. Ach nee, ich bin... Ich will einfach nur weiterlaufen, dass hier die Energie loswerden. Also können wir weiterlaufen, bevor wir jetzt da großartig reden? Klar. Mach mal weiter. Los, los. 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 Unsere Beziehung ist ein halbes Jahr her. Und dass ich diesen Typen immer noch mit Miller sehe, das nervt. So ist sie wie jede andere Bar. Und wenn nicht hast du Kollegen da, ich bin noch da. Dann bist du heute Abend, ich freu mich. Jo, tschau. Wir bereiten jetzt noch die Bar vor, ja? Ja. Wir räumen alles auf. Okay. Und dann würde ich aber auch Feierabend machen und dann nehmen wir uns heute Abend. Dass du fit bist. Ja. So machen wir das. Jo. Na, es läuft doch alles. Ja. Wie geschmiert, gell? Ja, ja. Hast du irgendwas? Wie geht's dir so? Also... Gut. Also ich find's auch schön, dass du jetzt hier wieder auflegst, weil man verliert sich man... Man verliert sich einfach aus den Augen und... Ja, das stimmt. Man weiß gar nicht mehr, was der andere macht. Ja. Nein, es läuft alles gut. Cool. Und ich hoffe bei dir auch, mit Mike ist alles gut. Ja, ja, klar. Diese, diese Kleine, deine Mitbewohnerin von vorhin. Ja. Gibt's Neuigkeiten? Du redest von der Leni. Habt ihr was miteinander? Ja. Wir sind Freunde. Schade. Schade, Tom. Ich hätte mir echt gewünscht, dass du mal wieder eine Frau an deiner Seite hast. Also am Ende das mit uns ist ja ein Weilchen her. Wegen mir musst du auf jeden Fall keine Abspräche machen. Es würde mich wirklich freuen, dich wieder ein bisschen mehr lachend zu sehen und einfach ein bisschen Lebensenergie zu haben. Wegen dir? Du denkst, dass ich mit keiner anderen Frau was anfange wegen dir? Wow. Du nimmst dich ja wirklich sehr wichtig. Das bin ich gar nicht gewohnt von dir, dass du dich so sorgst um meine Beziehungen. Wow. Miller. Kannst du gar nicht arrogant, wie ich dich sonst so kenne. Okay, das war jetzt nicht so gemeint, Tom. Ja, aber von mir schon. Oh, naja. Ey, du hast echt uns Schwarze getroffen. Weil so wie du reagierst… Wow. Ja, das findet immer die richtigen Worte. Naja, natürlich. Ich dachte, ich wäre cool mit den beiden, aber ich, dass ich diesen Typen da noch mit Miller sehe. Das war ein Schlag in der Magengrube. Hey. Hi. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade fleißig mal geschaut. Das ist bei einem Marathon in Berlin. Wollen du es dann laufen? Ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Oh, okay. Wo ist das dir denn für das Laufen, ihr Leber gelaufen? Es ist einfach nur Stress, ja? Stress. Jogging heute, dann zur Schule, dann DJ-Besprechung, dann wieder Schule und ich muss dann später auch wieder auflegen. Ich glaube, das ist einfach nur viel. Ja, verstehe ich. Also, es ist ja auch echt viel für einen Tag, aber ich will dir nicht zu nahe treten. Kann es sein, dass es gar nicht so viel Stress bei dir ist, sondern eher ein bisschen was mit Miller zu tun hat? Also, die, die wir heute Morgen getroffen haben beim Laufen, das habe ich schon irgendwie gemerkt, deine Reaktion. Ja, die Laus heißt Miller. Willst du darüber reden? Nein, ich will nicht großartig darüber reden. Ich will nur sagen, deswegen habe ich mit dir gesprochen, weil ich nicht haben möchte, dass du genauso behandelt wirst. Ich bin zwar in gewisser Weise über sie hinweg. Ja, das war die Mitbewohner-Story, oder? Genau. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Toastblaster zu sein. Das will ich bei dir nicht. Nein, ich glaube, das wissen wir alle, wie sich das anfühlt. Und du musst dich dafür überhaupt nicht rechtfertigen. Aber, sag mal, du hast echt einen guten Frauengeschmack. Miller ist eine L von 10. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, bist du cool damit? Na klar. Ich bin supercool damit. Gut. Was hast du da schönes gemacht? Pasta à la Lady. Ah. Für das Geschmack? Ich weiß. Das war krass. Klamotten. Oh, ja. Guter Punkt. Wir wohnen hier nicht alleine. Wir hatten ja sturmfrei. Glaube ich. Ich glaube, ich habe irgendwen gehört. Schauen wir mal. Ja, klar. Riehst du das auch? Oh, fuck. Pasta. 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 Es brennt. Es brennt. Das sieht nicht gut aus. Nein. Okay. Eingekocht. Hallo. Nudeln sind fertig. Ja. Schön, glaube ich. Ich werde euch verbunden, wenn ihr beim nächsten Mal das im Zimmer nur fortführen könntet. Ja, nicht hier. Ja. Das wäre cool. Dann schauen wir nach den Nudeln. Ja, danke. Ciao. Na, also das darf uns nicht noch mal passieren. Unangenehm. Was haben wir uns ausgemacht eigentlich letztens? Nur Freunde. Mhm. Sind wir ja auch nur. Also. Um mich müsstest du dir keine Sorgen machen. Mein Herzchen geht super. Und es gibt sowas, das nennt sich Freundschaft plus. Und das könnten wir einfach locker Spaß haben. Komm, schlag ein. Freundschaft plus? Ja. Ja. Okay. Zieh mich jetzt noch an. Also Kumpel. Und dann Nudeln essen. Ja, Kumpel. Nudeln essen, Kumpel. Nudeln essen, Kumpel. Cool. Bis gleich. Ich sollte da nicht ohne Klamotten rausgehen. Ich geh mal. Ich geh mal. Bis gleich. Hi Joe. Na? Du genießt die Nudeln? Ich mach euren Nudeln jetzt noch den Rest weg, ja? Das war mir peinlich, dass du... Leni und mich so nackt erwischt hast. Ja, ja. Seit ich die ersten, die ich nackt gesehen habe. Aber... Was mich nur wundert, dass... Du hattest mir doch erzählt, Donnerstag erst. Das war ein One-Night-Stand. Und ihr wolltet nur mehr machen, oder du wolltest nur mehr mit ihr machen, wenn sie was Festes will. Oder du, oder ihr, wie auch immer. Hat sich jetzt schon was geändert bei euch, oder? Ich hab mir deine Worte zu Herzen genommen. Ja. Ich bin zu ihr hingegangen aufrichtig und hab ihr gesagt, du, es wär gut, wenn wir das als einmalige Sache behandeln. Und damit war's das. Aber... Wir genießen eigentlich mehr die Zeit miteinander. Und sie ist cool damit. Sie ist wirklich cool. Sie ist locker. Sie sieht es genauso locker wie ich. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Also... Ich seh da keine Gefahr darin. Mhm. Auf der gleichen... Wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Pass auf, Don, nur zu kurz. Da können meine Vatergefühle gehen mit ihr auf, wenn ich die keine sehe, ja? Ja. Das ist so, ich hab da so ein Herz für sie. Und ich möchte einfach nicht, dass wir wegen der Kleinen Stress bekommen. Sie ist ein... Guck mal, du bist ein Lehrer, du bist DJ und reifer. Nicht, dass sie sich verguckt und hier ein Drama entsteht. Wir haben drüber gesprochen. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will? Ja. Gut. Ich verspreche dir, es gibt keinen Drama. Versprochen. Gut. Gut. Also ist wieder alles cool? Ja. Okay. Das wird ja auch nicht mehr vorkommen, dass du die Nudeln siehst. Also... Alles klar. Gewieße die Nudeln lieber. Schönen Abend. Danke dir. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Hallo. Samt Top und Leni? Hey, hey, hey Jungs! Hey, hey. Hey, Leni. Hey, hey. Ja, super. Willst du ein Bier? Ja, gerne. Hey, hey, hey. Oh mein Gott! Mein Tag war so crazy. Das ahnst du gar nicht. Ich hab's gesehen. Halbnackt. So, aber Leni, ich versteh irgendwie zwei, drei Dinge nicht so. Ich dachte, das funktioniert nicht. Tom ist nicht der Beziehungstyp. Wenn ich mich zurückerinnere, war es echt down. Wir haben geredet, alles in Butter, alles geklärt, tippitoppi. Seid ihr jetzt zusammen? Nein, ich lasse mir die Kirche im Dorf. Zweimal Sex sind wir gleich zusammen. Aber es läuft weiter, ganz so spannend, ohne Verpflichtung. Einfach Zeit genießen. Ich glaube, da wird euch schon merken, was ich für eine coole Socke bin. Wie toll, was machst du da? Wie toll wir harmonieren. Da führt das eine schon zum anderen. Da bin ich ganz positiv. Aber Tom ist ja gar nicht so der Beziehungstyp. Hat er ja selber gedacht. Ist ein guter Punkt, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich glaube, gerade nach dem Joggen heute, da haben wir Nilla und Mike getroffen, habe ich gemerkt, da hängt er noch ein bisschen dran, weißt du, an der ganzen Nummer, dass er ein bisschen Zeit braucht. Und er wurde ja echt verletzt von ihr, weißt du. Da hat er wahrscheinlich einfach ein bisschen Angst, wieder verletzt zu werden. Und mit der Zeit würde er merken, wie cool wir so harmonieren und dass ich nicht Milla bin und ich ihn niemals verletzen würde. Ja, nee, wird sich niemals machen. Nee, nein, das wird. Willst du eigentlich auch was trinken? Trinken, ja, ja, gute Idee. Schmitty, kann ich ein großes Bier haben? Natürlich kriegst du ein ganz großes, Männerbier. Ja, Männerbier. Kriegst Männerbier, keine Sorge. Das sah ich wahrscheinlich eher aus als du, wenn du weiter durchschnurfst. Ich brauch Geld. Mutter, ich hab ein Date. Ich würd ja Blutspender, aber ich bin keine 18. Nino, ich bin selber blank. Kony, also, ich schichert's heilig, Mann. Du kennst dich nicht. Ach, fuck, ey, ich halt's im Lenis Gegenwart einfach grad nicht aus. Scheiße, ey. Guck dir, du misst doch mal an. Was ist denn denn? Boah, Alter. Hey, hey, ich bin einfach unzufrieden mit meiner Arbeit. Kummer dich um deinen eigenen Scheiß. Ich bin ja auch noch dein Chef. Er ist dann mit mir. Happy Birthday to you. Ich brauch kein großes Tam-Tam. Digga, was ist mit dir los? Also, wir machen jetzt gleich, du gehst. Digga, ich mach keine 18, sondern 30. Ja, kann man doch schon feiern. Als ob Kretze seinen 30. Geburtstag nicht feiern will. Und als ob ich dazulassen würde. So nicht, mein Freund.